Eine wirklich aufregende erste Woche liegt hinter uns. Eine erste Rose wurde auch schon verteilt, an Jana Maria. Vielen Dank, dass du die Rose angenommen hast. Wir hatten ein superschönes Date. Ja, bei dir habe ich echt das Gefühl, dass ich mich bei dir fallen lassen kann und das ist echt ein gutes Gefühl. Susanna. Wir beide hatten diese Woche kein Date. Franzi. Bei dir spüre ich so ein gewisses Feuer. Christina. Christina Aurora. Jasmin. Danke. Bobette. Anna. Wer ist sie? Ich erhoffe mir, dich besser kennen zu lernen. Nathalie. Nele. Valeria. Christina. Ich habe eine Rose bekommen. Emily. Christina. Lara. Josie. Josie. Auf euch. Auf jetzt. Cheers. So schön. Wenn ihr auch eine Rose haben wollt, müsst ihr den Kanal abonnieren. An wen ich die Rosen bereits verteilt habe, könnt ihr in der Playlist sehen. Und wenn ihr eine Folge schon voraus streamen wollt, könnt ihr das auf RTL Plus tun.